So, da sind wir wieder. Ich grüße euch zu einem neuen FC-Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute reden wir ein bisschen über die Pressekonferenz, die ja heute Morgen um 11 gewesen ist, vor unserem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Samstag 18.30 Uhr. Topspiel steht drauf. Ob es eins wird, das werden wir dann sehen. Reden ein bisschen über das Personal. Schulz hat sich auch zu der einen oder anderen Trainingseinheit geäußert, wo da jetzt der Fokus drauf gelegt wurde und so weiter. Schauen uns ein bisschen Eintracht Frankfurt an und Farid Alidu. Den habe ich auch noch auf der Karte liegen. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Und wenn euch das generell gefällt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und da würde ich sagen, fangen wir direkt an. Also, PK gewesen mit Timo Schulz um 11 am Geisbockheim. Also, zum Personal lässt sich sagen, dass Justin Diehl auch heute krank ist, war. War ja schon gestern krank und hat gefehlt, also heute ebenfalls. Und da sagte Schulz, dass es da tatsächlich eng werden kann, gegen Frankfurt da in den Kader zu kommen. Ja, es sind jetzt noch zwei Tage. Hoffen wir, dass es trotzdem reichen könnte, weil das schon ein extrem bitterer Ausfall wäre, weil das halt auch der Einwechselspieler Nummer 1 war, der so den größten Impact hatte, wie ich fand, jetzt so in den Spielen, wo er jetzt eben spielen durfte. Und bleibt nur zu hoffen, dass das eben dann bis Samstag dann besser wird. Das eben der Stand zu Justin Diehl. Baka Tukanda hatte sich wohl ebenfalls abgemeldet. Gut, der ist wahrscheinlich dann auch ohnehin kein Thema, aber einfach nur der Vollständigkeit halber. Und die Langzeitverletzten, Uth, Waldschmidt und Selke, da läuft wohl alles nach Planstand jetzt. Also, da gibt es jetzt keine Rückschläge oder dergleichen zu verzeichnen. Ähm, dauert aber nur noch ein paar Wochen, ähm, ja, bis die wieder Thema sein können. Ähm, Trainingsfokus wurde auf, äh, das Spiel im letzten Drittel gelegt, wie es hieß. Stichwort Boxbesetzung. Und das ist ja auch genau das, was wir ja bemängelt haben, dass wir gut, phasenweise gut strukturiert, vernünftig uns ins letzte Drittel hineinkombinieren. Ne, das sieht ja phasenweise auch echt gut aus, muss man ja sagen. Aber wenn wir dann im letzten Drittel sind, gehen uns dann irgendwie so ein bisschen die Ideen aus. Und, ähm, daran wurde jetzt wohl gearbeitet, unter anderem eben daran. Und, äh, schauen wir mal, ne, ob es was gebracht hat dann für Samstag, ne. Das nochmal zu PK. Ansonsten, das übliche halt, und, äh, da können wir dann eigentlich direkt auch zu Frankfurt kommen, die momentan Tabellensechster sind in der Liga. Die sind auch ergebnistechnisch ganz gut ins neue Jahr reingekommen. 1-0 in Leipzig gewonnen, 2-2 in Darmstadt gespielt und letzte Woche eben das Heimspiel gewonnen gegen Mainz mit 1-0. Ähm, ergebnistechnisch sage ich deshalb, weil auf der Pressekonferenz, äh, gefragt worden ist, ähm, ja, bezüglich der Spielweise von Eintracht Frankfurt, dass da Trainer und Spieler nicht wirklich zufrieden seien. Ja, so war der Tenor auf der PK. Kann ich jetzt an der Stelle gar nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen, da stecke ich jetzt zu wenig in der Materie Eintracht Frankfurt drin, um da was sagen zu können. Ähm, deswegen ergebnisorientiert und, äh, ja, spielweise, da scheint man irgendwie noch nicht so ganz zufrieden zu sein. Nichtsdestotrotz hat Frankfurt, wie ich finde, ähm, ganz gut auf dem Transfermarkt jetzt im Winter nochmal nachgelegt. Sie haben ja unter anderem Kalajcic geholt, den man ja noch aus Stuttgarter Zeiten kennt. Und auch ganz interessant Donny van de Beek von Manchester United ausgeliehen. Und auch wenn er jetzt bei Manchester nicht die beste Zeit hatte, das hat irgendwie nicht so wirklich matchen wollen, ja, nicht viel gespielt hat, ähm, kenne ich ihn noch sehr gut aus seiner Zeit bei Ajax Amsterdam. Das war ja damals, 2019 meine ich, dieser Mega-One in der Champions League bis ins Halbfinale, wo sie ja unter anderem 4-1 bei Real Madrid gewonnen haben. Da hattest du dann noch so Leute wie Matthijs Delikt, Frenkie de Jong, Tadic, Harkin Ziyech und eben auch Donny van de Beek, der damals auch eine tragende und entscheidende Rolle gespielt hat, äh, hatte. Fantastischer Spieler, äh, bei Ajax gewesen. Und ja, schauen wir mal, ob er bei Frankfurt dann eben zur Alterstärke zurückfinden kann. Für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Das zu Eintracht Frankfurt. Mein Tipp, ach, was soll ich sagen, ey? Ich trau's mich fast gar nicht. 1 zu 1 tatsächlich, ne? Also gegen den FC zu tippen, ähm, ja, das, äh, kann ich irgendwie nicht. Da hab ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Weiß nicht, wie's bei euch ist. Und, ähm, wir werden auf jeden Fall wieder ein Gegentor fressen, ja? Und dass wir dann vorne zwei machen, schwierig. Deswegen, ja, bleibt eigentlich nur ein 1 zu 1. Schreibt gerne mal eure Tipps in die Kommentare, was ihr so denkt, was da am Samstag da passiert. So, das zu Eintracht Frankfurt. Dann eben Noah Katterbach in einem Satz. Das Ding ist jetzt durch. Ja, ich hatte ja gestern schon ein Video dazu gemacht. Da war das eben noch offen, ob es ja jetzt zu einem Wechsel noch im Winter zum HSV kommt. Und kaum machst du dein Video, kaum ist da draußen. Genau zeitgleich kommt die Meldung offiziell, Noah Katterbach wechselt zum HSV. Ähm, da hab ich ja gestern schon alles zu gesagt, bezüglich der Modalitäten und so weiter. Das stimmt wohl auch mit dem überein, was ich ja auch gestern schon gesagt habe, ne? Und bleibt mir nur zu sagen, für die Zukunft und für die weitere Karriere von meiner Seite nur das Beste und alles Gute in Hamburg, lieber Noah Katterbach. So, dann Farid Alidou. Der scheint ja jetzt so langsam in Schwung zu kommen. Hat ja gegen Wolfsburg sein erstes Tor gemacht für uns. Und da sind wir uns ja auch, glaube ich, einig sein mit Abstand, muss man sagen, bestes Spiel für den 1. FC Köln gemacht, seitdem er da ist. Hatte ja gerade so in der Hinrunde so gewisse Anlaufschwierigkeiten aus diversen Gründen, die man da ja gehört hat. Ich will die jetzt auch gar nicht alle nochmal aufmachen. Wirkte auch nicht so wirklich glücklich, aber jetzt irgendwie scheint er so langsam aufzutauen und sich wohlzufühlen. Und dazu sagte Farid Alidou selber, ich war mega glücklich über mein erstes Tor und hoffe, es kommen noch weitere. Die Mannschaft hat sich auch sehr für mich gefreut. Wir wissen, dass es eine schwierige Zeit ist, aber wir halten alle sehr gut zusammen. In so einer Phase zählt jeder Punkt. Wir nehmen das, was wir kriegen können. Und bezüglich Eindruck, ich war ja am Dienstag auch beim Training gewesen und ja, machte er auf jeden Fall auch einen guten Eindruck. Einen sehr befreiten, lockeren, glücklichen Eindruck, so weit man das so von draußen irgendwie beurteilen kann. Da ist da natürlich auch immer viel, wie sagt man, Küchenpsychologie mit dabei. Aber er ist tatsächlich auch genau darauf eingegangen. Also jetzt nicht auf meine Worte, sondern auf seine Situation. Und zwar sagte er dazu, ich habe nicht viel gespielt in der Hinrunde. Das macht etwas mit einem. Ich war nicht mega gut gelaunt. Ich habe natürlich jeden Tag mein Bestes im Training gegeben und auf die aktuelle Situation gehofft. Scheint also tatsächlich auch ein Spieler zu sein, der sich, um performen zu können, wohlfühlen muss, glücklich sein muss. Und auf jeden Fall auch jemand ist, der Vertrauen benötigt, um dann eben Leistung bringen zu können. Und hoffen wir mal, dass das jetzt auch in den nächsten Spielen dann so weiter geht. Zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt sagt er noch, weil er von daher kommt. Das ist schon etwas Besonderes für mich, weil ich letztes Jahr sehr viel mit dem Verein erlebt habe und mit den Spielern auch gut befreundet bin. Aber ich bin jetzt gerade FC-Spieler und werde alles dafür tun, dass wir siegen werden. Das nochmal zu Farid Alidou. Und ja, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen, hat mich sehr positiv überrascht letzte Woche und war jetzt auch nur ein Spiel, muss man natürlich dazu sagen. Das darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen, klar. Aber das sah schon vielversprechend aus und hoffen wir mal, dass er dann weiter mit guten Leistungen überzeugen kann. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch bis Samstagabend, wenn wir uns wieder hören, eine gute Zeit. Ja, und bis neulich. Euer Pierre. Ciao, ciao.